Jedes Wesen, jeder Mensch, jedes Unternehmen hat eine Heimat. Einen Ort, an dem die Inspiration beginnt, an dem man neue Ideen findet. Wir haben Glück gehabt mit Vorarlberg, unserer Heimat im Westen Österreichs. Eingebettet zwischen Wasser und Bergen. Hier haben wir unsere Wurzeln. Entwickeln und produzieren Beschlaglösungen für Möbel. Dabei lassen wir Einzielen nie aus den Augen. Das Streben nach der perfekten Bewegung. Perfecting Motion. Hinter dem Namen Blum stehen engagierte Mitarbeiter. Verbunden durch die besondere Leidenschaft, gemeinsam mit unseren Partnern mehr zu bewegen. Überall auf der Welt unterstützen unsere Produkte das Öffnen und Schließen von Möbeln. Machen daraus sogar ein emotionales Erlebnis. Und das seit über 50 Jahren. Es beginnt 1952 mit einem Gleitschutz für Pferde, dem Hufstollen. Damit legt der Huf- und Wagenschmied Julius Blum den Grundstein des heutigen Weltunternehmens. Bereits 1958 nimmt er den ersten Beschlag in seine Fertigung auf und wird zum Zulieferer für Handwerk und Möbelindustrie. In den Folgejahren entwickelt und produziert Blum Scharniere und Auszugssysteme höchster Qualität. Die Produkte sind gefragt. Überzeugen durch Funktion, Design und Komfort. Heute ist Blum ein internationales dynamisches Unternehmen. Wie man Küchen optimieren kann, wie sich Menschen darin besser bewegen, das treibt uns an. Deshalb forschen wir umfangreich, wissenschaftlich und gewinnen Erkenntnisse für funktionale Lösungen, die faszinieren. Perfekt in Motion bedeutet auch, dass wir heute mit weltweit über 1000 aktiven Patenten einer der größten Patentanmelder Österreichs sind. Auch darauf sind wir stolz. Unsere Maschinen und Werkzeuge entwickeln wir selbst. Dies macht uns flexibel und sichert die Qualität unserer Produkte. Zink, Stahl und Kunststoff werden täglich in großen Mengen bei Blum zu Möbelbeschlägen verarbeitet. Fast alle Einzelteile der komplexen Beschlagnösungen stammen aus der eigenen Produktion, sind perfekt auf unsere Qualität ausgerichtet. Ó Belному Beide 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 Wir verschicken jährlich tausende Tonnen unserer Produkte weltweit, rund um die Uhr, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Vor Ahlberg, hier stehen sieben unserer Werke, unsere strategische Basis. In über 100 Ländern kümmern sich Blue-Mitarbeiter und Vertretungen um die Belange unserer Kunden, sprechen deren Sprache, kennen deren Bedürfnisse und Kultur. In unserem Werk in Lowesville, North Carolina fertigen wir spezielle Scharnier- und Auszugssysteme für den nordamerikanischen Markt. Mehr über die dortigen Bedürfnisse erfahren wir auch in speziellen Workshops mit Kunden und Partnern. Auch in Südamerika sind nun Produkte gefragt. Aus unserem Werk in Sao Paulo beliefern wir diese Märkte, stehen im Dialog mit unseren Kunden. Mit unserem hochmodernen Logistikzentrum in Polen sorgen wir für eine noch bessere Auslieferungsqualität für unsere internationalen Kunden. Viel Kraft, Emotion, Perfektion fließen bei uns in die Entwicklung. Als Resultat bilden unsere Innovationen eine lange Kette anerkannter Meilensteine im Möbelbau. Wir haben uns über die perfekte Bewegung Gedanken gemacht und Produkte entwickelt, die dank Blue Motion sanft und leise schließen. Wir haben über die Qualität der Bewegung nachgedacht und den Tandem-Schwebelauf entwickelt. Wir haben Lösungen entwickelt, damit alles besser organisiert, schneller zur Hand ist. Mit Orgalein. Dabei wollten wir mehr als nur Funktionalität, wollten das emotionale Erlebnis beim Öffnen und Schließen. Mit Servo Drive für Aventos Klappensysteme. Wir wollten Bedienungs- und Bewegungsunterstützung, die das tägliche Leben in der ganzen Küche erleichtert. Mit Servo Drive und Tip-On für Tandembox. Nicht zuletzt war uns wichtig, dass unsere Produkte unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. Mit den Tandembox-Programmlinien. Sie lassen Raum für Differenzierung und individuelle Kundenwünsche. Alle, die mit unseren Produkten zu tun haben, sollen Vorteile haben. Mit der Philosophie des globalen Kundennutzens. Wenn für uns eine Küche gut ist? Wenn die Möbel nicht nur hochwertig aussehen, sondern auch einwandfrei funktionieren. Wenn alles dort seinen Platz hat, wo es gebraucht wird. Und wenn Türen, Klappen und Auszüge sanft und leise schließen. Nicht nur in der Küche, sondern auch im Wohn- und Schlafzimmer, in der Diele und Bad. Wann Beschläge für mich optimal sind. Wenn Sie mir die Arbeit erleichtern, ich Zeit sparen kann und Sie einen hohen Verstellkomfort bieten. Natürlich müssen Sie auch von hoher Qualität sein. Und meine Kunden glücklich machen. Ich bin Möbelhändler. Und ich stehe für alles, was ich verkaufe, mit meinem guten Namen. Deshalb ist für mich die Qualität jedes einzelnen Produkts wichtig. Für mich als Möbelhersteller geht es nicht nur um die Beschläge allein. Auch die Logistik und die Dienstleistungen rund um das Produkt müssen stimmen. Dynamic Space. Damit leisten wir einen Beitrag, um die Nutzung von Küchen noch praktischer zu machen. Mit unseren durchdachten Produktlösungen ist alles am richtigen Ort. Einfach erreichbar und optimal zu bedienen. Ob Dynamic Space, Dynalog oder die zahlreichen Internet-Services. Die Dienstleistungen von Lohn beweisen ihre Funktionalität im täglichen Einsatz. Seit 1970 bildet Blum Lehrlinge im Unternehmen aus. Fördert Neugier, Wissen, Know-how, aber auch soziale Kompetenz und Verantwortung. Dies ist uns wichtig. Unsere Lehrlinge erhalten höchste Auszeichnungen bei Berufsweltmeisterschaften. Und sie bleiben. Über 60% der ehemaligen Lehrlinge sind nach wie vor bei Blum beschäftigt. Wir haben erfolgreiche Ideen. Intelligente Entwickler. Engagierte Mitarbeiter. Aber an erster Stelle steht das perfekte Zusammenspiel all dieser als ein Team. Wie eine Familie. Blum. Ein Familienunternehmen. 1952 von Julius Blum in Höchstvorarlberg gegründet. Heute wie damals die Bereitschaft das Beste zu geben. Neues zu entdecken und Ungewöhnliches zu wagen. Ein Global Player, der nach der perfekten Bewegung strebt. Und trotzdem seinen Wurzeln treu ist. Gute Gründe, warum wir optimistisch in die Zukunft schauen. Warum wir gemeinsam mit Ihnen mehr bewegen.